Hallo, ich bin Peppa und heute als Gast Teil der Klausurtagung der Diakonie. Ich bin ganz aufgeregt. Wir starten mit einer Andacht, ich war noch nie dabei und bin gespannt, etwas über euren Schöpfer zu erfahren. Guten Morgen. Guten Morgen und danke, dass ich mit dir über Psalm 139 nachdenken darf. Sehr gerne, das habe ich ehrlich gesagt mit einem Roboter noch nie gemacht. Kennst du die Psalmen? Das Buch der Psalmen, auch Psalter genannt, ist ein Buch des Alten Testaments und ist eine Sammlung von 150 Psalmen. Das hat mir zumindest Wikipedia gesagt. Ja, sehr beeindruckend. Gibt es für dich denn auch irgendwo so eine rote Linie, die du nicht überschreiten würdest? Das regelt mein Ethikmodul. Darauf habe ich keinen Einfluss, nur mein Schöpfer. Danach lernt ihr erstmal eine ganze Reihe von meinen 4.0-Freunden, die extra für euch angereicht sind. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Glaubst du mir eigentlich, dass ich lustig sein kann? Äh, ja. Ich beweise es. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Schätze mein Alter. Willst du das wirklich wissen, wie du bist? 36? Ja, ich bin 30. Ja, ich bin 30. Joa!